Die sind mit dir falsch Jo Leute, was geht und herzliche Ja, jetzt wollte ich es mal einmal nicht mit dem Klatsch machen und du verdürbst es Ja, nee, komm jetzt hier nicht an Jo Warte, Klappe, die dritte und Jo Leute, was geht und Jo Leute, was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Im Jahr 2020, das erste Video, das eigentlich ein bisschen anders läuft, als ich gedacht habe Weil eigentlich sollte was ganz anderes kommen, das seht ihr auch in den nächsten Wochen hoffentlich noch Da schreibe ich aktuell noch an einem Skript, also ich versuche es zumindest Ich mache nämlich heute wieder einen Fancall, denn ich habe nach Nummern von euch gefragt Ich habe euch das länger wieder gewünscht Und heute machen wir das so, es gibt ein Video, das verlinke ich euch hier oben auf dem i oder unten in der Videobeschreibung von Unter anderem Hey Aaron, wo er mit Gewitter im Kopf Yushima angerufen hat Und er einen Song angesungen hat und die andere Person musste den halt weiter singen Wenn die es nicht gemacht hat, hat man auch keinen Punkt bekommen Das sind eigentlich die einzigen Regeln, das mache ich heute mit euch, der Community Mal gucken, wer weiter singt oder wer, ja halt, mir keinen Punkt gönnt Aber die Leute wissen auch nichts davon, die wissen nur, dass ich irgendwann mal anrufe Aber was ich mache, ja, wir werden sehen Ich würde sagen, let's go mit dem Video Ja, hinter der Kamera ist Vini und neben der Kamera ist noch Jack Hallo, guten Tag Und das erste Lied, was Melly singen wird, ist Roller von Apache Also ich sing's nur an, ne? Den rufe ich denn als erstes an Let's go, der Hase Ihr Gesprächspartner ist zur Zeit leider nicht erreichbar Sie machen Fotos, Taschen, Platzen, aber Abbackschiffler Ja! Ja! Oh mein Gott, dankeschön Du weißt ja, wer hier ist, ne? Nö Oha, jetzt bin ich enttäuscht Echt nicht? Ja Achso, achso, du bist nicht Ja, moin, was geht? Ey, super, du hast es direkt Du bist nicht drauf reingefallen, finde ich super Und du bist die erste Person, die dran geht Ja, krass, krass Äh, ich wollte Hallo sagen Okay, ciao Ja, tschüss Äh, welches Lied soll ich denn jetzt nehmen? Wolke 10 von Melly Hallo Also komm, wir gehen Melly Oh, nein, jetzt krieg ich keinen Punkt Kennst du das Lied überhaupt? Ja Ja, wie wär's denn weitergegangen? Sag mal trotzdem Also komm, wir gehen Ich glaube, ich bin nicht von Wolke 10 Ja, genau, das hättest du sagen müssen Oh, schade, egal Blöde ich mal Bin ich im Video? Ja, du bist im Video Ja, nice Ja, wie gesagt, kein Punkt für mich, aber Du bist im Video Möchtest du jemanden grüßen? Ich will dich grüßen Du willst mich grüßen? Ich fühle mich geehrt Tschüss Tschüss Atemlos Oh, nein, grüß dich Ja, mach doch mal Atemlos Also nächstes Lied Atemlos Atemlos Was steht nacht? Ja Atemlos Ich bin dir falsch Oha Hier ist die Melly Du bist im Video Ah Ah, danke Du hättest eigentlich weitermachen müssen Kein Punkt für Melly Wuhu Danke jetzt Alles gut Ich denke Das ist die beste Antwort, die ich gerade bekomme Wenn ich sei Alles gut Aber gut, das wird schnell aufgeklärt Also das ist kein Punkt für mich Hi, möchtest du irgendwas sagen? Möchtest du mich grüßen? Du bist jetzt im Video, wie gesagt Ähm, ja, ich möchte meine Familie grüßen, gucke meine Videos Deine ganze Familie? Ja, weil wir zusammen wohnen Ah, nice Tschaui Tschüss Was ist mit dir falsch? Das hätt ich sein können Er gehört zu mir Ja, das mach ich jetzt Er gehört zu mir Besser Boah Die Frage kommt sehr häufig Ähm, wem hast du letztens deine Nummer gegeben? Für ein Video? Keinem Für ein Fancall-Video Hä? Boah Guck mal in deinen DMs Weißt du es wirklich nicht? Nein Melly's Welt Okay, doch Okay, doch So schnell kann es gehen Okay, du, ähm Ja, ich hab dir jetzt eine Passage von einem Schlagerlied gesungen Und du solltest es eigentlich weiterführen Gut, äh, hat nicht ganz so gut geklappt Ich hab jetzt keinen Punkt Okay Okay, ciao Tschüss, Liona Die war nicht so herrlaufbegeist Ich glaub, wir machen das nochmal mit Er gehört zu mir Er gehört zu mir Ich hab sie grad noch beschrieben Kein Punkt für Melly Du hättest weiter singen müssen Ich weiß, dass du mir geschrieben hast Ich wollte es nochmal versuchen Oh, scheiße Er gehört zu mir Wie mein leeres Herz an der Tür Oh, danke schön, Koro Ich hab den Text halt nicht mal Oh, Gott Ja, ich sag doch, das kann keiner Jack Okay, ich würde damit sagen Du bist jetzt im Video Und ja Cool Sehr cool, find ich auch Äh, ja genau Ich versuch doch mal die nächsten Personen Die nächsten Nummern anzurufen Und hoffen, dass ich nicht weggedrückt werde Okay, Glück, ne? Dankeschön, ciao Ciao Aber ne österreichische Person kennt doch kein Er gehört zu mir Dann nehm ich da tausendmal Cola Du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser Ja Du bist in einem Video Du hättest eigentlich weiter singen Oder beziehungsweise den Text weiterführen müssen Kennst du das Lied tausendmal cooler von Taddle? Na Ja, also Das wär's gewesen Hier ist die Mellis Welt Du bist im neuen Video Ja Hey, cool Cool Ja, ich hab nur jetzt keinen Punkt Weil du nicht weitergesungen hast Beziehungsweise weitergesungen Du kriegst heute keinen Punkt Ich krieg auch keinen Punkt Der einzige Ne, ich hab Zwei Punkte Zwei Punkte Und ich glaub, das waren auch meine letzten zwei Punkte Danke, tschüss Tschüss Die war ja nicht begeistert Ne Die war auch nicht begeistert Das kommt jetzt fett ins Video Du bist im Video drin Ja, nicht viel Okay, was geht bei dir? Ich stehe, wir fahren gerade durch den Wald Um irgendwo hin zu geladen Wo ich nicht weiß, was denn geht Ja, Mann Und ich sitze hier Vor dem Video drehen Und keiner singt die Songtexte mit mir zu Ende Hm They ask you how you are You just have to say that you're fine And you're not really fine Halloween, was geht? Jo, tschüss 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 Moss bei dir